Vielen Dank an Sie alle schon mal, dass Sie da sind und ich heute präsentieren darf meine Arbeit aus der Edition Humboldt Digital oder unsere Arbeit an dieser Edition als Team. Selbstverständlich eine kleine Korrektur wollte ich noch hinterher schicken. Ich bin nur mit 50 Prozent bei der Edition Humboldt Digital angestellt, die anderen 50 Prozent weiterhin im Zentrum Sprache, im Dunstkreis des erwähnten Deutschen Textarchivs, wo es ja auch vielfache Verbindungen gibt zur Edition Humboldt Digital. Die Edition Humboldt Digital, Edition Humboldt Print als Hybrid-Edition möchte ich Ihnen heute vorstellen, habe mir aber vorgenommen aus dem Ganzen etwas mehr als eine reine Projektvorstellung zu machen, auch weil ich immer denke, die meisten der Dinge kann man sich dann auch in den Publikationen erschließen oder durch einen Besuch der Seite selbst, selbstverständlich. Das heißt, es geht mir hier schon darum, einige Dinge zur Diskussion zu stellen und auf diese Diskussion freue ich mich auch besonders, weshalb ich mich sehr bemühen werde, auch den Zeitrahmen einzuhalten. Ganz kurz zum Titelzitat. Das stammt aus Humboldts Kosmos und bezieht sich selbstverständlich nicht auf das Netzzeitalter, wie Ottmar Etter hier auch schreibt, ist aber einfach eine sehr griffige Beschreibung sowohl dessen, was Etter auch herausgearbeitet hat, als die humboldtsche Wissenschaft und passt natürlich auch ganz wunderbar auf unseren Diskussionszusammenhang heute. Eine allgemeine Verkettung in netzartig verschlungenem Gewebe. Wer möchte da nicht an digitale Editionen denken? Und deshalb habe ich das für den Titel gewählt. Über die humboldtsche Wissenschaft und viele andere Aspekte in Humboldts Schaffen können Sie nachlesen im Humboldt Handbuch, das 2018 kurz vor dem Jubiläumsjahr 2019, dem 250. Geburtstag Alexander von Humboldts erschienen ist. Und den Kosmos können Sie selbstverständlich im Deutschen Textarchiv nachlesen. Themen und Thesen habe ich diese Folie genannt, denn tatsächlich, wie angekündigt, geht es mir nicht ausschließlich um eine Projektvorstellung, sondern darum, Aspekte unserer Arbeit mit Ihnen zu diskutieren und Ihnen diese vorzustellen, weil ich einen Einblick in die editorische, in die Werkstatt der Edition, den ich heute bieten möchte, auch für notwendig halte, um mit diesen Daten gewinnbringend arbeiten zu können. Und die Aspekte, die ich mir da rausgegriffen habe, sind einerseits das Verhältnis von Daten und Interface, also deren Präsentationen, beispielsweise im Rahmen der Edition Humboldt Digital ist das in erster Linie eine HTML-Präsentation. Der Volltexte im Rahmen der Edition Humboldt Print, natürlich eine Druckedition, beziehungsweise E-Book, PDF. Dann den Aspekt der TI-XML-Codierung, beziehungsweise der Guidelines der Text-Encoding-Initiative, die wir zugrunde liegen. Wie ist da das Verhältnis zwischen dem wünschenswerten, generischen und verallgemeinerbaren dieser Guidelines und den Spezifika, die wir zu codieren haben in den Humboldt-Manuskripten? Und schließlich, was bedeutet die von uns verfolgte Codierung oder welche Anforderungen stellt diese an Tools? Wie sieht es da mit der Entwicklung aus und was sind Analysegrundlagen für die Arbeit mit den Daten in den Digital Humanities? Und aus meiner Sicht ist die, also DSE steht für Digital Scholarly Edition, ist die Arbeit an der Edition und die Arbeit an der Codierung der Daten im Rahmen der Edition als Motor dieser Entwicklungen zu sehen oder sollte es vielmehr sein? Dieser Einblick in die Editionsarbeit ist meiner Meinung nach, wie gesagt, wichtig, dass Sie etwas über die Herstellung von den sogenannten Smart Data in und für die Digital Humanities kennenlernen und auch tiefer verstehen lernen. Mit dem Begriff Smart Data verweise ich auf Christoph Schöch 2013, der einen sehr aufschlussreichen Artikel geschrieben hat, den ich auch gleich noch vollständig referenzieren werde. Diese Überlegung Smart Data in den Digital Humanities wird einerseits, das ist, denke ich, in Köln nicht unbekannt, am Institut für Dokumentologie und Editorik, auch theoretisch inzwischen sehr schön weitergetrieben. Und besonders freut mich auch, dass auch die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften inzwischen schon mehrere Sonderbände in Richtung dieses Themas herausgegeben hat, die ich Ihnen auch ans Herz legen möchte. Vor allem aber gehe ich davon aus, dass eine Vertrautheit mit dem Korpus und dessen Annotation notwendig ist, um wirklich gewinnbringende Analysen in den DH durchführen zu können. Und mit gewinnbringend meine ich auch, und das ist, denke ich, sehr wichtig für die DH, auch anschlussfähig für die Fachwissenschaft. Also als Diskussionsangebot und auch als ein Ergebnis, eine Ergebnispräsentation und eine epistemische Funktion, die fachwissenschaftliche Fragestellungen voranbringen und infrage stellen kann. Dafür ist es meiner Meinung nach notwendig, dass man das Korpus kennt. Diese These habe ich mir nicht ganz allein ausgedacht. Ich habe sie sehr aufschlussreich gelesen in einem Artikel von Thomas Weitin und Katharina Hergett, die eben darauf hinweisen, dass diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen es gelungen ist, mit statistischen Verfahren in der Korpusanalyse wirkliche Erkenntnisse zu erzielen, die von ihnen verwendeten Corpora schon sehr gut kannten. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine wichtige Voraussetzung, dass man zumindest das Thema und den Kontext der Dokumente, die man analysiert und deren Annotation etwas tiefer kennenlernt, als es in manchen Analysen, die man so sieht, der Fall ist. Und das gilt meiner Meinung nach für die Rezeption durch Menschen. Das ist scheinbar naheliegender, aber eben auch für die Analyse mithilfe von Maschinen. Ich habe auf dieser Folie meine wesentlichen Referenzen zusammengestellt. Die kommt auch am Ende nochmal und wie schon angeboten, müssen Sie das jetzt nicht alles abtippen. Aber es sind tatsächlich einfach die Empfehlungen und Sie sehen, das sind jetzt nicht die Empfehlungen, wo lesen Sie mehr über die Edition Humboldt Digital, sondern welche für mich sehr erhellenden Veröffentlichungen haben meine Thesen inspiriert. Und das ist zum einen eben dieser Band Digital Scholarly Editions as Interfaces, den ich sehr anregend fand und die dazugehörige Konferenz davor natürlich auch. Die TEI Guidelines, denke ich, sollten Sie in jedem Fall kennen und dazu den Artikel von James Cummings über einige Missverständnisse und Mythen über die TEI. Was Tool Preferences angeht, bin ich noch nicht fündig geworden. Das wäre ein Punkt für die Diskussion. Vielleicht können Sie mir da ein paar Tipps geben. Smart Data, Christoph Schöch, der Artikel habe ich schon erwähnt. Und was die Vertrautheit mit dem Korpus als Voraussetzung für die Age-Analysen angeht, wie gesagt, der Artikel von Thomas Weitin und Katharina Herget zum Korpus des Novellenschatzes, aber durchaus übertragbar, denke ich, generell auf unsere Arbeiten. Das Akademienvorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen Wissenschaft aus der Bewegung an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften läuft mit einer geplanten Laufzeit von 18 Jahren und hat vor allem zum Ziel, die Reisetagebücher der großen hemisphärischen Reisen Alexander von Humboldts und der kleineren europäischen Reisen herauszugeben und dazugehörige Korrespondenzen und Dokumente aus dem Nachlass zum Teil erstmals für die Öffentlichkeit zu erschließen. Und das geschieht eben im Rahmen einer Hybrid-Edition. Die digitale Komponente ist die Edition Humboldt Digital, erreichbar unter dieser URL, edition-humboldt.de und die im letzten Jahr eröffnete Reihe Edition Humboldt Print im Metzler Verlag. Wir sind also seit 2016 in Progress und es ist auch eine Work-in-Progress-Edition. Das heißt für uns mit jeder Lieferung mindestens einmal im Jahr gibt es eine neue Lieferung, in Anführungszeichen, also ein Update der Edition Humboldt Digital. Kommen neue Features hinzu, neue Daten und tiefere Annotationen in den bestehenden Daten. Und das Ganze wird als Born Digital Forschungsressource im Netz veröffentlicht. Und Edition Humboldt Print, ich habe es erwähnt, der erste Band erschienen im Dezember 2020 und der Plan sind weitere 15 Bände in drei Reihen herauszugeben im Rahmen der Laufzeit des Akademienvorhabens. Die Print-Edition umfasst nicht alle Texte der digitalen Edition und auch nicht in jedem Detail, sondern eine daraus generierte Lesefassung, also keine textkritische Edition, sondern eine Lesefassung, die auf der textkritischen Edition der Edition Humboldt Digital basiert, also durch sie auch validiert ist. Diese Lesefassung in einer bibliophilen Ausgabe erscheint beim Metzler Verlag. Über diese Hybrid-Edition können Sie sich informieren in einer Publikation von Tobias Kraft, dem Arbeitsstellenleiter und Stefan Dumont, dem in den vergangenen Jahren hauptsächlichen technischen Entwickler der Edition, in der Wiener Revue. Und wenn Sie lieber etwas sehen wollen, können Sie sich einen Vortrag von Tobias Kraft und mir anschauen, den wir im letzten Dezember an der SLUB Dresden gehalten haben. Einige Folien von heute habe ich auch aus diesem Vortrag entnommen. Ansonsten hat der Vortrag eher den Charakter einer Projektvorstellung. Wenn Sie das also nachholen wollen, dann gerne hier auf Wimeo. Sie finden das Ganze auch auf unseren jeweiligen Mitarbeiterseiten und in der Mediathek der BBAW auch verlinkt. Zurück also zur Hybrid-Edition. Die digitale Komponente ist also die Voraussetzung für die Druckedition, das heißt Digital First. Wir veröffentlichen unsere Daten unter die Creative Commons by SA Lizenz, also einer sehr freien Lizenz für die Nachnutzung. Single Source Publishing bedeutet, dass sowohl die digitale Präsentation als auch die Printedition auf einer Quelle, nämlich den zugrunde liegenden TI-XML-Dateien beruht und die EHP, wie gesagt, eine kuratierte Lesefassung daraus bietet. Alexander von Humboldt vor seinem Schicksalsberg, dem Chimborasso, hier im letzten Lebensjahr 1859 porträtiert von Julius Schader. Ein Bild, das ich auch deshalb hier an den Anfang gestellt habe, weil Humboldt auf seinem Schoß eines der amerikanischen Reisetagebücher hält und hier auch mit dem Stift in der Hand, zumindest der Geste nach, auch immer noch am Annotieren ist sozusagen. Und das war, soweit wir das in den Tagebüchern ablesen können, tatsächlich auch der Fall, dass Humboldt mit diesen Tagebüchern, also zur Erinnerung, das ist 1859 das Todesjahr Alexander von Humboldts, in dem er hier noch aktiv am Tagebuch scheint. Die amerikanische Reise fand statt von 1799 bis 1804. Und aus diesen Tagebüchern generiert Humboldt oder aus Daten in diesen Tagebüchern generiert Humboldt eine ganze Vielzahl von Publikationen. Ich habe hier nur als Beispiel seinen amerikanischen Reisebericht und den Bericht der russisch-sibirischen Reise, der wiederum natürlich auf Daten aus den russisch-sibirischen Tagebüchern beruht. Also die Tagebücher sind für uns deshalb zentral, weil sie die Grundlage für Publikationen Humboldts sind, weil sie auch in einer engen Verbindung mit seinen unselbstständigen Schriften stehen. Hier sehen Sie die 2019 in 13 Bänden herausgegebenen unselbstständigen Schriften Humboldts. Wir freuen uns alle sehr, dass im September die digitale Edition dieser unselbstständigen Schriften erscheinen wird, wo man dann diese ganzen etwa dreieinhalbtausend Texte endlich auch als Korpus zur Verfügung haben wird und damit sehr viel gewinnbringender wird arbeiten können. Die Reisetagebücher sind zum Teil auch in den Nachlass zurückgeflossen. Das heißt, der Nachlass Humboldts enthält zum Teil aus den Tagebüchern ausgegliederte Konvolute, die man eben als Kontext unserer Edition mit bearbeitet. Und darüber hinaus enthält der Nachlass natürlich noch viel mehr. Also die Reisetagebücher Humboldts sind jetzt keineswegs seine gesammelten Notizen, sondern eben nur ein Teil seines Vermächtnisses. Und der sehr viel größere andere Teil ist im Nachlass im Wesentlichen in Berlin und Krakau zu finden. Und auch aus diesem wählen wir eben thematisch zugehörige Dokumente aus, edieren sie in der Edition Humboldt Digital bzw. Edition Humboldt Print. Die amerikanische Reise, das Ganze werde ich jetzt etwas beschleunigt durchgehen, einfach um Ihnen einen Eindruck davon zu bieten, dass Humboldts Forschung sich einerseits über einen sehr langen Zeitraum erstreckt. Also die ersten Publikationen sind etwa 1790 bis in sein letztes Jahr 1859 hat Humboldt publiziert, also ein sehr langer Zeitraum, sehr produktives Leben. Und eine wichtige Basis seines Werks und auch seines Ruhms war die amerikanische Forschungsreise 1799 bis 1804. Und hier unten sehen wir einige der amerikanischen Reisetagebücher, wie sie inzwischen in der Staatsbibliothek in Berlin verwahrt werden und vollständig digitalisiert wurden bis Ende 2016, ebenso wie übrigens der Nachlass vollständig digitalisiert ist. Ich denke, das ist, was die Person Humboldt angeht, ein ziemlicher Glücksfall, dass wir so viele Digitalisate bereits zur Verfügung haben. Immerhin Bilddigitalisate mit einigermaßen granularen Metadaten. Die russisch-sibirische Reise führte, deswegen finde ich dieses Bild hier immer so schön dazu, in einem wahnsinnigen Tempo und über viele tausend Kilometer und dem Verbrauch in Anführungszeichen von mehreren hundert Pferden durch das damalige russische Reich bis fast an die chinesische Grenze oder bis an die chinesische Grenze und gehört ebenfalls zu unserem Forschungs- und Editionsgegenstand. Und über das, was Sie im Hintergrund sehen, nämlich chronotopische Visualisierung dieser Reise und wie man diese aus den Daten generieren kann, konnten wir vor kurzem bei der VDHD berichten und Sie finden auch beim Radio Digital Humanities ein kleines Interview dazu, wenn Sie das weiter interessiert. Die russisch-sibirische Reise hat Humboldt gemeinsam mit Christian Gottfried Ehrenberg und Gustav Rose unternommen und deren beider Publikationen im Fall von Rose bzw. Ehrenbergs Tagebuch sind ebenfalls ganz eng verknüpft mit unserer Edition und helfen uns beim Erschließen der Humboldt-Daten ganz wesentlich. Europäische Reisen, sage ich auch nur ganz kurz, gibt es mehrere in der Zeit. Humboldt ist einfach tatsächlich ein Wissenschaftler in Bewegung, sein ganzes Leben lang und auch diese europäischen Reisen gehören zu unserer Edition. Dazu die erwähnten Manuskripte aus dem Nachlass, die sich in fünf Themenschwerpunkten im Laufe der Zeit zu den übrigen Dokumenten gesellen werden. Geografie der Pflanzen ist im Wesentlichen abgeschlossen. Der Bereich Forschungsreisen wird im Moment intensiv bearbeitet und all diese Dokumente finden sie schon auf der Edition Humboldt digital. Alle Dokumente werden über übergreifende Register erschlossen. Auch da werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht ins Detail eingehen. Sie können sich das alles online anschauen und werden sehen, dass wir uns bemühen, in jeder Hinsicht Normdaten zu verwenden und die Verknüpfung der Dokumente untereinander und auch mit externen Ressourcen über diese Normdaten herzustellen. Eine besonders schöne Ressource ist die Alexander von Humboldt Chronologie. Sie illustriert auch ein bisschen, wie wir mit Daten arbeiten in dem Vorhaben, die von Anfang an noch gar nicht solche Daten waren. Also die Chronologie basiert auf einer gedruckten Edition von 1968, die wiederum auf Karteikarten hier in der ehemaligen Forschungsstelle beruht. Und diese wurde 2017 als TA-XML-Ressource aufbereitet und ist seitdem eben Teil der Edition Humboldt digital und wird dort auch weiter gepflegt. Außerdem ist die Humboldt Chronologie Grundlage für unseren liebsten Twitter-Bot AVH-Chrono von Jürgen Hermes ins Leben gerufen und auch unermüdlich weiter gepflegt. Und zu diesem Twitter-Bot, dem Sie unbedingt folgen sollten für Ihren täglichen Humboldt, nur so viel. Also man bekommt drei bis vier Tweets pro Tag aus der Chronologie, also Ereignisse aus Humboldts Leben und das ist schon mal sehr schön, unterhaltsam, informativ, anregend. Es ist für mich als Mitarbeiter der Edition auch immer wieder Anlass und Motivation, die Daten etwas zu verbessern. Zum Beispiel beim heutigen Tweet habe ich gesehen, also hier steht, hier sieht man eben im Tweet, was los ist. 1805 Humboldt ist in Italien und beabsichtigt für mehrere Tage in diese Stadt Civita Vecchia, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, zu fahren. Und ich sehe dann, wenn ich das Ereignis in der Edition Humboldt Digital aufrufe, dass diese Stadt noch gar nicht mit einem Registereintrag verknüpft ist, kann das unmittelbar nachholen und Sie werden also dann bei der nächsten Version der Edition Humboldt und auch bei der nächsten Iteration der Humboldt Tweets vom Chronobot diese Stadt dann eben verlinkt sehen mit dem Register und sehen dann außerdem, aha, die wird ja hier auch im Briefwechsel mit Ehrenberg erwähnt und so weiter. Sie sehen also, die Daten werden besser und was mir so gut gefällt an dem Bot ist einfach, dass so eine Aufgabe wie alle 3600 Chronologie-Einträge durchsehen und fehlende Orte nachträgen, ist etwas, was ich niemals angehen würde, weil ich weiß, ich werde im Rahmen meiner Zeit einfach nicht fertig damit, aber das so portioniert zu bekommen und auch aus verschiedenen Jahren sozusagen Angebote, guck dir das doch mal an und das finde ich auch selber als Mitarbeiter an dieser Ressource sehr schön und sehr interessant an diesem Bot. Also unbedingte Folgeempfehlung. Außerdem können Sie auch aus der Edition Humboldt Digital beziehungsweise aus dem Vorhaben sich Informationen holen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit auch ein Twitter-Account eröffnet und auf der Plattform formavhumboldt.de finden Sie weitere Informationen aus unserem Umkreis. Nun aber zum eigentlichen zum Datenmodell und der Arbeitsumgebung. Auf dieser Folie sehen Sie etwas schematisch dargestellt die Aspekte unserer Arbeit, auf die auch in dem Vortrag von Tobias Kraft und mir sehr viel ausführlicher eingegangen wird, weshalb ich es jetzt auch nur sehr kurz mache und erwähne, dass wir auf dem Idearum-Framework, das ebenfalls an der BBAW entwickelt wird, aufsetzen und unsere Daten also mit diesem Oxygen-Plugin erstellen. Im Hintergrund läuft eine Exist-Datenbank und in dieser Kombination werden unsere Daten erarbeitet und verarbeitet. Was wir dann veröffentlichen, entspricht den Richtlinien der Text-Encoding-Initiative und Sie können alle Daten über verschiedene Schnittstellen auch maschinell abgreifen und können sich beispielsweise die TA-XML-Daten einzeln oder auch als ganzes Korpus herunterladen. Die Kodierung basiert auf dem Basisformat des Deutschen Textarchivs bzw. der Spezifikation für Manuskripte. DTA-Basisformat für Manuskripte, DTA-BFM. Dazu können Sie im Journal of the Text-Encoding-Initiative nachlesen und auf den Seiten des Deutschen Textarchivs. Auch da werde ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Was jetzt für meine These, meine erste These wichtig ist, ist ein genauerer Blick in die Kodierung und wir stellen eben fest, wenn wir Humboldt-Dokumente edieren, dass also vieles lässt sich schon abbilden im DTA-Basisformat. Einiges muss aber erweitert werden, beispielsweise dieses Phänomen, dass Humboldt sehr gerne Sachen streicht in seinen Manuskripten oder in dem Fall hier in der Publikation. Was aber nicht die Bedeutung hat durchgestrichen, kann verworfen werden, sondern das ist erledigt. Also wie das wiederum dann zu interpretieren ist, muss man im Einzelfall sehen. Bei seinen eigenen Manuskripten bedeutet es in der Regel, ich habe das für eine Publikation verwendet. Also eine sehr interessante, wichtige Information, die nicht verwechselt werden darf mit dem, das ist gestrichen und damit entwertet. Und diese Kodierungsoption ist eben eine der Erweiterungen des DTA-Basisformats, die wir vorgenommen haben, um die Edition Humboldt-Digital entsprechend kodieren zu können. Sie sehen hier als ein Beispiel die XML-Kodierung. Müssen Sie sich nicht merken, denn das alles können Sie nachlesen in den Richtlinien der Edition Humboldt. Auch eine Sache, die ich für sehr wichtig halte, dass wir und eine Sache, die zugegebenermaßen sehr viel Arbeit macht, ist auch die Dokumentation dieser Entscheidungen und des Vorgehens. Das Ganze also transparent und nachvollziehbar zu machen und im Detail in Editionsrichtlinien zu dokumentieren, ist auch unser Anspruch, den wir in den Editionsrichtlinien nachzukommen versuchen. Dazu gehört natürlich auch eine technische Dokumentation, dazu etwas später noch mehr. Ich habe gesagt, das DTA-Basisformat selbst basiert ja schon auf den Guidelines der Text-Encoding-Initiative und zwar ohne diese zu erweitern. Ist also vollständig TI-konform. Dasselbe gilt für die Kodierung der EHD. Und genauso wie man manchmal das Basisformat erweitern muss, um Humboldt-Texte taggen zu können, muss man einfach manchmal die TI erweitern. Und das ist auch ein Aspekt, den ich heute zur Diskussion stellen möchte. Das ist in Fällen, wo man an Kodierungsgrenzen innerhalb der TI stößt, so wie uns das hier passiert ist, es sich auch lohnt, mit der Community zu diskutieren und für eine Änderung dieser sehr generischen Guidelines einzutreten. Das Beispiel hier ist die von Humboldt oft verwendete doppelte Markierung von Daten. Also er schreibt hier 3. November bzw. 13. Primär. Also notiert sich das Datum nach dem gregorianischen Kalender und dem französischen Revolutionskalender. Das sind natürlich nicht zwei Datierungen. Es ist jeweils derselbe Tag, nur in einem unterschiedlichen Kalendersystem. Und genauso wollten wir es auch taggen, als ein Date und nicht zwei Dates und haben aber festgestellt, dass die TI das von uns bevorzugte Tagging, hier ist der Kalender gregorianisch und Revolutionskalender, also der französische Revolutionskalender gemeint, einfach als eine Anreihung von zwei Attributen nicht erlaubt, weil nur ein Wert im Kalenderattribut erlaubt ist. Und deshalb haben wir zunächst pragmatisch gesagt, okay, dann erfinden wir einen neuen Kalenderwert, der ausdrückt, hier ist gregorianisch und Revolutionskalender gemeint, haben aber zugleich über die TI-Liste die Diskussion angestoßen. Und Sie sehen hier, in dem Fall ging es erfreulich schnell mit der weiteren Diskussion. Und das Council hat am Ende zugestimmt und unseren Argumenten also nicht sich gebeugt. Das klingt jetzt irgendwie so diktatorisch, aber war eben einverstanden mit den Dokumenten und wird also mehrere Kalenderwerte erlauben. Und insofern, das überspringe ich mal, das Fazit für mich hier ist einfach, dass es wichtig ist, generische Community Guidelines zu haben. Die sind ein hohes Gut, denn sie sind das Einzige, was uns in unserem gemeinsamen Universum, in dem wir Daten erstellen und nutzen wollen, überhaupt in Richtung Interoperabilität von Daten bringen kann. Aber einerseits muss deren Interpretation im Projekt dokumentiert werden. Das heißt, man muss spezifizieren, wie man die TI-Guidelines anwendet, damit das eben auch für Dritte nachvollziehbar ist. Und bei Bedarf sollten diese Guidelines in der Community erweitert werden. Das gilt sowohl für Erweiterungen des DTA-Basis-Formats, auch da gibt es eine Steuerungsgruppe, also ein Gremium, mit dem man dann über GitHub-Issues diskutieren kann, ob sich eine Erweiterung hier lohnt und ob die auch mitgetragen wird. Dasselbe gilt eben natürlich auch für das größere Unternehmen, nämlich die Text-Encoding-Initiative und deren Guidelines an sich. Man darf nicht vergessen, dass das eine Community ist, deren Teil wir sind und in die wir uns mit einbringen sollten. Ich habe erwähnt, dass Sie sich alle Dokumente herunterladen können. Im Moment in der Version 6, also der aktuellen Version der Edition Humboldt Digital, erhalten Sie also über diese Schnittstelle 512 TI-codierte Dokumente, die Sie sich herunterladen können. Und dazu kommt, dass also Version 6 lässt ja schon darauf schließen, dass es auch vorher Versionen gab. Und auch diese Vorgängerversion können Sie über die EHD-Seite ansteuern und sich die Unterschiede anschauen. Immer da, wo ein Punkt statt eines gerade durchführenden Striches ist, hat sich etwas geändert in der Version des jeweiligen Dokumentes. Und Sie erhalten dann auch immer den Hinweis, wenn Sie eine frühere Version betrachten, dass Sie sich eben bei einer archivierten Version befinden und können die aktuelle Version sich herunterladen. Was ich noch anregen möchte, was mir jetzt in der Vorbereitung auf diesen Vortrag nochmal aufgefallen ist, ist, dass wir über diese Schnittstelle natürlich auch die TI-XML-Dateien der Vorgängerversion bereithalten sollten und nicht nur die jeweils aktuelle Version. Hier würde mich interessieren, ob das für Sie auch interessant ist in der Arbeit. Aber ich denke, das ist etwas, was wir tun können und sollten. Sie sehen, wenn Sie in der Edition Humboldt Digital ein Dokument aufrufen, verschiedene Ansichten zur Auswahl. Sie können sich diesen Brief beispielsweise in einer kritischen Fassung ansehen, die Sie hier sehen, oder ein daraus generierter Lesetext. Ne, daraus generiert ist falsch. Also die kritische Fassung oder Lesetext. Im Lesetext sehen Sie diese ganzen Streichungen, Ergänzungen sind umgesetzt, umgesetzt worden. Also Streichungen erscheinen dann nicht mehr und Ergänzungen erscheinen unterschiedslos als Teil des Textes. Der Zeilenumbruch ist aufgelöst und so weiter. Also diese Lesefassung unterscheidet sich doch ganz wesentlich von der kritischen Fassung und beide Fassungen, so ist es richtig, beide Fassungen basieren eben auf demselben TI-XML-Dokument. In der HTML-Fassung, die Sie, also egal ob es kritischer Text oder Lesetext sich ansehen, wird einiges aus der Annotation auch ausgewertet und für Sie eben sichtbar gemacht. Beispielsweise, dass es sich, dass hier an diesem Textteil in Ihren beiden Schriften eine Sachanmerkung hängt, die wiederum auf einen Registereintrag, in dem Fall eine bibliografische Ressource verlinkt. Das wird für Sie erkennbar im HTML. Sie werden sehen, dass es einige unleserliche Stellen gibt. Das heißt, diese Streichung, was da vorher stand, kann man beim besten Willen oder können wir beim besten Willen nicht lesen. Deswegen ist das auch entsprechend markiert. Sie sehen, dass es interne Verlinkungen gibt. Beispielsweise die Übersicht der Folie Pinata, für die sich Humboldt hier bedankt, wird eben direkt verlinkt auf das Dokument, das ebenfalls im Rahmen der Edition Humboldt Digital ediert wurde. Das Ganze wird entsprechend im XML eben mit einem Rev- und Target-Attributwert markiert. Sie sehen, dass dieser Personenname verlinkt ist mit dem Register. Auch das Ihnen sicherlich vertraut. Der Person Name Tag verweist auf eine projektinterne ID dieser Person. Übrigens werden diese projektinternen IDs in der Download-Version umgewandelt in das jeweilige Normdatum zu dieser Person aus dem Register. Das heißt, dort steht dann nicht mehr unsere projektinterne ID, mit der Sie nichts anfangen könnten als Nachnutzende, sondern dort steht dann statt Person Name Key Projektinterne ID steht dort Person Name, Rev und der Link auf die gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek. Bei der unleserlichen Stelle ist es ganz ähnlich, dass es dann im TI-XML kodiert wird. Wir sehen uns noch diese Ersetzung hier an. In der HTML-Ansicht sehe ich also, mein ist gestrichen, entgegengesetzte ist gestrichen, seine ist entgegengesetzte ist hinzugefügt, Entschuldigung, und deshalb grün. Seine ist gestrichen und Meinung ist wiederum hinzugefügt und Sie sehen auch hier, das ist innerhalb der Zeile hinzugefügt. Wenn Sie, das schon mal ein Hinweis auf die folgende These, wenn Sie aber ins XML schauen, sehen Sie noch etwas mehr Informationen. Sie sehen nämlich, dass dieser ganze Vorgang eine Substitution ist und nicht zwei unabhängig voneinander aufeinander folgende Streichungen bzw. Ersetzungen. Also hier zeigt das Interface etwas weniger, als in den Daten kodiert ist. Und dasselbe gilt beispielsweise auch für diese Stelle. Sie sehen, dass Denkkreis mit einem SIG versehen ist, also ein Schreibfehler in der Vorlage und in den zugrunde gelegten Daten sehen Sie auch zugleich, wohin dieser Fehler zu korrigieren wäre und mit welcher Sicherheit der Herausgeber sagt, ja, diese Korrektur trifft zu. Ebenso sehen Sie hier einen supplierten Punkt, also der Punkt fehlt in der Vorlage und wir haben ihn ergänzt und wiederum wird eine Sicherheit oder ein Grad an Sicherheit angegeben, mit dem diese Ergänzung zutrifft. Und bei all diesen Dingen, und das ist jetzt, damit komme ich jetzt zu meiner These, gibt es also einen Unterschied zwischen Annotation und Interface, der meiner Meinung nach auch immer bestehen wird und bestehen sollte. Also man kann letztlich sagen, wir stellen ja die Grunddaten bereit und im Zweifelsfall und am besten gar nicht erst dann, im Zweifelsfall sollte man sich eben, was die Metadaten angeht, den TI-Header anschauen, was die Textannotation angeht, den TI-Textbereich anschauen, um eben tatsächlich die vollständige codierte Information zu bekommen. Dafür genügt einfach der Zugang über das Interface nicht. Das Ganze oder dieser Ansatz, auch die Kritik daran, aber auch einiges pro, wird diskutiert in diesem sehr schönen Band, den ich Ihnen, wie gesagt, empfehlen möchte, Digital Scholarly Editions as Interfaces 2018 herausgegeben. Fazit ist also aus meiner Sicht, das Interface kann erweitert werden, aber das ist nicht sinnvoll, es unendlich zu tun. Also dass wir auf Daten über ein Interface zugreifen, hat einfach auch damit zu tun oder bringt es zwangsläufig mit sich, dass dort reduziert wird. Und diese Reduktion und Fokussierung ist einfach auch Aufgabe eines Interfaces. Also man sollte das auch nicht übertreiben und versuchen, bei der digitalen Edition das Interface so weit aufzubohren, dass es wirklich jedes Annotationsdetail dann anzeigt. Die zugrunde liegenden Daten werden immer mehr Informationen enthalten, als das Interface darstellt. Und der Punkt, den ich vor allem machen möchte, ist, dass eben, wenn Sie Analysen auf den Daten laufen lassen, dann müssen Sie unbedingt, soweit es geht, in die Grunddaten hineinschauen. Und wenn Sie einer digitalen Edition begegnen, deren Grunddaten nicht bereitgestellt werden oder Sie zufällig eine Printedition, doch eine Printedition in der Hand haben und sich fragen, wo sind denn die Grunddaten davon? Dann sollten Sie versuchen, diese zu finden und mit diesen zu arbeiten. In den meisten Fällen ist das auch möglich. Und zwar ist das mir deshalb so wichtig, weil ich bei Analysen in den Digital Humanities eine Tendenz dazu sehe, eher auf Plaintext zu arbeiten. Das heißt, die Annotation aus dem TI-XML erst mal unbesehen zu entfernen. Einfach, weil die Tools damit besser klarkommen und mit einer tiefen, geschachtelten XML-Annotation Schwierigkeiten haben. Der kleinste gemeinsame Nenner scheint also das zu sein, vielleicht höchstens noch RDF und JSON. Und diese Codierungsvereinfachungen werden einfach unseren Quellen nicht gerecht. Also deswegen sehe ich das so ein bisschen mit Sorge. Und natürlich ist es auch, also der hohe Aufwand, zwangsläufig hohe manuelle Aufwand, den wir in die Daten stecken, wird dabei einfach ignoriert. Insofern würde ich mich einfach freuen, dass bei der Tool-Entwicklung, das meinte ich mit Edition, sollte auch Motor dieser Entwicklung sein, dass bei der Entwicklung von Tools eben doch noch mehr auf die Analysierbarkeit des Mark-Up, Auswertbarkeit des Mark-Up auch wertgelegt wird und bei den Analysen sowieso. Das war's von meiner Seite und was meine Thesen angeht. Nachlesen können Sie alles auf den Seiten der Edition Humboldt Digital, wie gesagt. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt auf die Diskussion. Ich werde jetzt als letztes noch mal die Literatur- und Online-Ressourcenfolie einblenden, damit Sie diese erst mal vor Augen haben und sich anhand dessen vielleicht erinnern können, was meine Thesen eigentlich waren. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion.